E-Wild-Kamera. Ziemlich schnell ohne Batterie, dem wird jetzt abgeholfen und dann seht ihr warum. Halbleer, halbleer, kann man auch viel Uhren und so verwenden. Hm? Okay. Setup. Frisches Loch, frische Chili. Das ganze Drama spielt sich ab unter unserem Gartenhäuschen, in dem im Winter Mäuse waren und im Frühling roch es ein wenig seltsam. Irgendwie so mehr als nur Maus. Nachdem der Gute schon versucht hat, unter der Garage sein Nest zu bauen, versucht es jetzt unter dem Gartenhaus. Aber nicht mehr lang.